Die National Gallery of Art ist ein Maus für jeden Kunstliebhaber, doch Washington ist weit. Zu weit für einen kurzen Museumsausflug und darum kommt die Gallery zu Ihnen ins Haus. Entdecken Sie mit der VideoWebTV-Box die Highlights der Kunstsammlungen der National Gallery of Art. Hier lernen Sie etwas über die Geschichten rund um Gebilde und Skulpturen vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. In dieser App gibt es zahlreiche Videos mit Informationen zu den außergewöhnlichen Werken von Künstlern wie Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn oder Johannes Vermeer. Die Kuratoren des Museums begleiten sie mit fachkundigen Kommentaren und Erklärungen. Die App, National Gallery of Art, kommt in englischer Sprache und ist kostenlos. His head towers over the tops of the college. And here I am, the wrong size. This is how short I need to be to make the illusion work.